Ich bin auch kein Historiker, es ist einfach so das, was ich weiß, was man so mitbekommt, wenn man bald mal 40 Jahre in einem Land lebt. Ich bin 1982, im Frühling, 1982 genau war es, bin ich im Auftrag der Schweizer Industrie, die war zusammen, die haben zusammen im Rahmen des Vororts, das ist die Vorgängerorganisation der heutigen Economy Suisse, die haben beschlossen, dass nicht jede Firma in der Sowjetunion ein eigenes Büro eröffnen soll, sondern dass nur eine Firma ein Büro eröffnen soll und die soll dann die gesamte restliche Schweizer Industrie vertreten. Und die Wahl ist auf das Handelshaus Ordre Loss angefallen und ich wurde dann gewählt, ich hatte gerade alle meine akademischen Würden erlangt und konnte auch Russisch, ich war eine Schweizer Armee Russisch-Bersetzer, und wurde dann gewählt als Leiter der Vertretung und habe dann so alle Großen der Schweizer Industrie vertreten, von Nestle, über Sulzer und Bühner und alles, was Rang und Namen hatte oder hat. Also, wie gesagt, ich bin Jurist und kein Historiker und kein Politologe, also im Detail kann ich Ihnen sicherlich nicht alle Fragen beantworten. Beginnen wir zuerst mal mit einigen Zahlen, mit einigen nüchternen, langweiligen Zahlen, aber auch Zahlen haben Sie ja da Indus. Wenn wir mal das anschauen, können wir vor, also lauter das 17 Millionen Quadratkilometer Fläche, das ist ein neunten, ein neunten der gesamten Erdoberfläche, also vom Westland. Da macht man sich auch keine großen Vorstellungen, dass das ist. Wenn wir elf Zeitzonen haben, stellen Sie sich vor, wir haben eine Zeitzone, die ist, wo wir leben, in unserer Zeitzone, die geht vom Atlantik, vom Lissabon bis an die russische Grenze. Das ist eine Zeitzone, in der wir leben. Russland hat elf solche Zeitzonen. Und ich kann Ihnen nur sagen, also wenn Sie von Moskau, was ja nicht das westliche Ende ist, mit dem Flugzeug fliegen bis nach Magadan, dann sind Sie etwa elf Stunden unterwegs und schauen nach unten und sehen praktisch nur Wald, Wald, Wald. Also ein unheimlich großes Land. Da macht man sich keine Vorstellung, wenn in diesem großen Land eigentlich nur 150, nicht einmal ganz 150 Millionen Leute wohnen. Dieses Land ist praktisch leer, vor allem im sibirischen Teil, hinter dem Ural. Ja, alle diese Millionenstädte, außer einer, sind vor dem Ural. Also 15 Millionenstädte. Eben, die Gesamtlänge 9000 Kilometer, Landesgrenze fest auf dem Festland, die Grenze 22.000 Kilometer, dann natürlich fast 14.000 Kilometer Küstenlinie. Und Kantone, also Föderationsobjekte sagen Sie, Sie sagen nicht. Kantone haben Sie, wir haben 26, und Sie haben 85 Föderationsobjekte. Also damit beginnt das russische Chaos. Die Russen sind absolut nicht systematisch. Also wenn sie Russisch lernen, das wirst du bestätigen können, dann bekommst du Vögel. Nicht, weil in Russland hat es zu einer Regel, zu einer Regel, hat es mindestens 50 Prozent Ausnahmen. Nicht? Also das ist typisch für Russland. Russland ist enorm chaotisch in allem. Und auch in den Kantonen, da gibt es nicht, wie bei uns, einfach 26 gleichberechtigte Kantonen. Da gibt es Gebiete, da gibt es Republiken, da gibt es autonome Gebiete. Ich glaube etwa, es sind etwa sechs, sieben verschiedene, ich weiß es nicht mal, verschiedene Organisationsformen von sogenannten Föderationssubjekten. Was aber ganz interessant ist, wir sprechen immer von den Russen. Russland, aber nicht nur Russen. Russland ist ein Vielvölkerstaat, der jede Menge andere Völker beherbergt. Andere Völker aus ganz anderen Sprachgebieten, aus anderen, was nicht zumindest der germanischen Sprache angehören. Wir haben in Russland mehr als 180 verschiedene Nationalitäten. 180, stellen Sie sich vor. Und darunter hat es natürlich auch kleine Völker, so klein wie ungefähr unsere Räta-Romane. Aber solche kleinere Räten mit mehr als 15.000 Einwohnern haben wir auch 67. Einheimische Sprachen, und nicht etwa direkten Sprachen, haben wir über 100 verschiedene Sprachen. Und davon Amtssprachen, haben wir 24 Amtssprachen, nicht? So, das ungefähr zu den Zahlen, die im Prinzip gar nicht so langweilig sind. Was ich sagen wollte zu den Russen und Russländern. Wenn wir von Leuten aus... Ja, in Italien kommen, kein Problem. Wenn wir von Leuten sprechen, die aus Russland kommen, dann sagen wir automatisch, ja, die Russen. Das ist falsch. Man müsste sagen, die Russländer. Die Russländer wäre der richtige Name. Weil von diesen Russländern, die in Russland wohnen, ist nur ein Teil, sind Russen. Wir haben... Ich habe da mal einige von diesen über 100 verschiedenen Ethnien, die wir haben. Nummer 4 ausgewählt. Mit schönen Bildern von hübschen Frauen. Wenn Sie sehen, die Russin, das ist eine typische Russin. Eine typische Russe ist wie das Idealbild eines Germanen. Blonde Haare, blaue Augen, hochgewachsen. Das ist der typische slawische Russe. Dann haben wir aber andere Völker. Sehr viele haben wir die mongolischen Ursprungs, altailischen Ursprungs oder turksprachischen Ursprungs im Süden. Die haben auch ihre eigenen Religionen. Die Tartarin, die ist muslimisch. Die russländische Burjätin ist lamaistisch. Das ist eine buddhistische, eine Art des buddhistischen. Oder die Kalmykin ist eine Buddhistin. Und so gibt es auf jeden Fall die andere. Ähnlich sieht es auch aus mit den Religionen. Auch diese Religionen im Wienvölkerstaat. Da gibt es die verschiedensten. Und man muss sehr wahr sagen, sogar unter der kommunistischen Herrschaft, die doch drei Generationen gedauert hat, war natürlich Religion praktisch verboten. Nicht formal, aber auch alles gemacht, dass diese Religion, dass man die Leute erzieht ohne den Glauben an eine Religion. Aber trotzdem, das haben sie nie unterdrücken können. Ich kann mir nur eine Story erzählen. Als ich nach Moskau kam, da, wenn ich dann vertraut war. Na, ich muss so beginnen. Da gab es in Moskau, gab es ein, an der Moskwa, ein großes, beheiztes Schwimmbad. Das war im Winter, im ganzen Zentrum von Moskau, gab es eine Nebeldecke von diesem beheizten Schwimmbad. Die Historie zu diesem beheizten Schwimmbad folgende. Dort war nach 1812, dem Sieg über Napoleon, wurde dort eine wunderschöne Kirche gebaut, die Erlöserkirche. Und dann, als der Stalin an die Macht kam, ließ er diese Kirche sprengen und wollte dort das grösste Gebäude Europas bauen, nämlich das Parteigebäude der Kommunistischen Partei. Und dann hat man begonnen, dort auf dem Platz, wo diese Kirche war, hat man begonnen, ein Fundament auszuheben, ein kräftiges Fundament für das höchste. Ich glaube, 500 Meter hätte es überhaupt nicht sein sollen. Dieses Gebäude hat man dort das Fundament gebaut und begonnen zu bauen. Und dann hat man bemerkt, dass das Fundament immer auf der einen Seite einsinkt. Man hat alles gemacht, probiert, das Fundament so zu bauen, dass es nicht mehr einsinkt, aber es gelang nicht. Und was hat man dann halt gemacht? Man hat ein Schwimmbad daraus gemacht. Und wenn ich nach Moskau kam, dann haben mir vertraut die Leute immer gesagt, schau mal, der Herrgott, er liebt die Kommunisten nicht. Er liebt sie nicht. Dort, wo seine Kirche stand, da ließ der Herrgott eine wunderschöne, große, mächtige Kirche zu. Aber als die Kommunisten ein Parteigebäude bauen wollten, hat es der Herrgott nicht zugelassen. Das habe ich schon in der Kommunistenzeit in den 80er Jahren gehört, von wem nicht immer. Das war immer irgendetwas, dass man mir als Ausländer beibringen wollte, dass der Herrgott die Kommunisten nicht liebt. Und dann, 1991, das Parteigeld war ja alles gestohlen und verschwunden in allen Herren Ländern, vermute ich auch großteils in der Schweiz. Die neue Regierung hatte null Geld. Aber sie wusste, was sie tun muss, damit die Bevölkerung, das Prinzip in der Bevölkerung anerkannt wird. Sie musste beweisen, dass der Herrgott sie liebt. Und darum wurde mit dem ersten Geld, das sie zusammenrauschen konnten, haben sie diese Kirche neu aufgebaut. Nach dem alten Dings, die Erlöserkirche, Christus Basilium. Und lustigerweise wurden sie Muslims gebaut, in allen neuen Gebäuden. Sie hatten ja keine Bauunternehmer, nichts, die ein westliches Know-how hatten von Gebäuden. Die alten großen Gebäuden wurden in den 90er Jahren von türkischen Firmen gebaut. Und so auch die Christus Erlöserkirche. Aber alles, was an Ressourcen vorhanden war, das ging in den Bau dieser Kirche. Man kriegte auch kein Beton. Als ich zum Beispiel meine Garage bei der Garage bauen wollte, wollte ich Beton kaufen. Nirgends konnte ich Beton kaufen. Das Einzige war, mein Mitarbeiter ging an die Straße und wenn er sah, dass ein Beton-Zementlastwagen kommt, hat er ihn angehandelt. Dann ging ich nachher mit dem leeren Wagen zur Oberstelle gefahren und hat sich dort geteilt mit dem, der den Beton offiziell entfangen nimmt. Und als dann nachher die Rechnung gemacht wurde, wie viel Beton offiziell in dieser Kirche verbaut war, war es ungefähr 20 mal mehr Beton als tatsächlich dort. Aber eigentlich bin ich von dem abgekommen. Ich wollte nur sagen, Religiösität ist sehr, sehr verbreitet in Russland. Der Hang zur Pranszendenz ist ganz in Russland. Der Hang zur Pranszendenz ist ganz in Russland. Habe ich noch eine Frage gestellt? Ich kann die Zahlen nicht lesen. Ist das Christen? Ach, ich sehe es raus. Vielleicht darf ich auch schauen. Also, Christen, kurz zum Aufzählen, Christen sind 48% bezeichnet sich als Christen, davon 42% der gesamten Bevölkerung russisch-orthodox. Und dann hat es aber noch die sogenannten Altgläubigen. Nicht, dass im 17. Jahrhundert, glaube ich, gab es da einen Streit, wie man schwören muss, ob man mit drei Fingern oder mit zwei Fingern schwören muss. Und die da die falsche Meinung hatten, dass man mit zwei Fingern so gehört, nein, ich weiß es auch nicht welche. Die wurden dann verfolgt und die sind nach Sigerien in den Wald geflohen. Man sagt ihnen die Altgläubigen und die haben noch alte Traditionen. Und wirklich, sie trinken keinen Alkohol, sie trinken, sie treiben sich noch praktisch wie im 17. Jahrhundert, lange Röcke die Frauen, sind sehr arbeitsam und tüchtig. Und eben, Altgläubige gibt es unter den sogenannten Christen, armenische, georgische, Katholiken, Protestanten, Lutherische, Meloniten und Molokaner. Molokaner sind, glaube ich, eher, also Protestanten, aber sehr nah in der Kultur den Altgläubigen. Interessant ist, 7% der russländischen Bevölkerung ist Islam, sind Islamisten. Dann haben wir etwa 1% Buddhisten, Lamaisten und sehr interessant ist folgende Zahl. 25% Gläubige, die an einen Gott glauben, aber ohne Konfession. 25% der Leute sagen, wir glauben, dass es etwas Höheres gibt, aber wir glauben nicht an diese mafiösen menschlichen Organisationen, die behaupten, die Stellvertreter des Gottes zu sein. Und die die meisten Menschen umbringen, die mit gesegneten Kanonen, nicht? Also, die, äh, die… Wie für mich sehr? Sehr viele, und persönlich gebe ich auch sehr viele, sie sagen, ich glaube schon, dass es etwas Höheres gibt. Aber ich glaube nicht an diese Toten, die sich da nur bedienen. Athenisten, 12%, aber das sind vor allem diese ehemaligen Kommunisten, die sich treu geblieben sind. Und das sind vor allem diese älteren Generationen der ehemaligen Kommunisten. Und dann, was auch noch sehr interessant ist, übrige 6%, und die übrigen 6%, die sind zum großen Teil, sind das Naturreligionen. Also, zum Beispiel in, in, in Süden, in Ischkorat, nicht mal so fest im Süden, da gibt es jede Menge Sonnenanbeter. Und an diese Sonnenanbeter, Religion der Glauben, also Professoren und Dienste, die machen ihre Kunde mit Sonnenanbetung. Also, so heidnische, heidnische Religionen sind noch sehr verbreitet in Russland. Und überhaupt in diese Transzendenz, ich erzähle nur das Verständnis davon, wie jeder Russe ist überzeugt, in seinem Haus gibt es einen Hausgeist. Den sogenannten Dameroy. Da kann, das können Sie jeden Mathematiker, Physikprofessor fragen, ob er auch einen Hausgeist hat, hat er ganz sicher. Und, nur was zum sagen, dieser tief verwurzelte Glaube an das Überirdische. Ich hatte einen guten Bekannten, der war Vertreter für, ich weiß auch nicht, Geografie und Physik oder irgendein Zeug, das Bayeruner. Also, ein hochregel Gendermann, da hatten wir mal den Zürich, da hatten wir eine Besprechung, runden Tisch, und da sagte ich ihm, du musst etwas lauter sprechen zu mir, mein linkes Ohr ist verstopft, ich höre es nicht drauf, sprich lauter. Sagt er, was? Unverstopft. Ah, ich habe einen Geistheiler, also zweifacher Doktor, das ist wahr, mindestens. Ich habe einen Geistheiler, der kann auf die Distanz heilen. Ich rufe ihn rasch an, er meldet eine Konferenz. Er hat mich vermutet mit ihm und sagt, ich muss nur was sagen, was wir reden, und er kann ja das, ich muss das nicht von da rein machen. Wie unterscheiden sich diese Naturreligionen, die du erwähnt hast, von diesen ethnischen Religionen, die da noch... Oh, ja, das weiß ich eben auch nicht. Vielleicht habe ich das in die falsche, in die falsche, die übrigen Sonnenarbeiter habe ich dort, hätte ich vermutlich eher in die ethischen Religionen vorgelegt. Das ist eher mein, also ich kann es nicht so zu sagen. Ich habe das eben auch abgeschrieben, diese Zahlen aus der Tabelle. Und so, jetzt noch kurz zu Russland im Zahlenreich. Das Zarenreich war eingeteilt in Haufen kleinere, kleinere Gouvernien, Gouvernance. Und die sind zwar auch nicht nach ethnischen Prinzipien verteilt worden, mindestens nicht hinter dem Moral. Vor dem Moral sind diese ethnischen Strukturen der Gouvernien eher orientiert an ethnischen Begebenheiten, Sprachen. Es gab ja auch ein westliches Urals, es gab verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, auch katholische Gebiete. Also, und da sind damals diese Gouvernien mehr oder weniger nach solchen Prinzipien von einer völkischen Einheit strukturiert worden. Was ganz wichtig war, im zaristischen System gab es keinerlei, wirklich darf ich sagen, keinerlei Unterdrückung von Minoritäten, von Andersgläubigen. Interessant zum Beispiel, der Zar war gleichzeitig der oberste Kirchenfürst. Der war von der russischen Opferforxenkirche der höchste. Aber, wenn in seinem Territorium zum Beispiel die Lamaiten ein religiöses Fest hatten, dann ging der Zar, oder der Zarewitsch, der Sohn, der Nachfolger, ging dorthin und brachte ein Gastgeschenk, dem obersten Lamaiten. Während bei uns, zu einer Zeit, wo bei uns die Katholiken und Protestanten die Köpfe eingeschlagen haben, hat es in Russland so funktioniert. Sibirien musste überhaupt nicht erobert werden. Wieso? Die Chinesen hatten immer wieder Attacken gegen diese kleinen intergenen Völker, die auch asiatischen Ursprungs waren. Und die haben die Chinesen enorm gefürchtet. Und die haben den Zar gebeten, ihre Schutzschild zu sein. Sie wussten genau, unter dem Zar können sie ihre nationale Identität bewahren, nicht gefährden, und sie hatten den Schutz vor den Chinesen. So sind entlang der Grenze zu China, sind solche Kasackinstanzen gebaut worden, die eine echte Verteidigung gegen Einfluss aus China, also zum Schutz dieser indigenen Völker hatten. Drum die Eroberung, anders als die Eroberung von Amerika durch die Europäer, ist die Eroberung der sogenannten Indianer von Russland absolut ohne Blutvergießen gegangen, ohne, im Gegenteil, die waren dankbar. Sie haben doch auch so Tatalen-Aufstände, oder? Kann mich da noch erinnern, da war so eine Fernsehserie in meiner Kindheit, Michael Skorov oder so. Nein, das war nicht der, nein, nein, das war Pugatschow, vermutlich der Pugatschow-Mann. Nein, es gab natürlich im Süden von Russland, das muss man schon sehen, im Süden von Russland gab es das Osmanische Reich, nicht? Und das Osmanische Reich ist ja langsam schwach geworden, und da gab es natürlich, aber das ist nicht ein völkisches, das war zwischen zwei Staaten, zwischen dem Osmanischen Reich und Russland, gab es territoriale Kämpfe, ganz klar. Und bei der Katharinenburg war man dann auch nicht sinnvoll, gegenüber dem Osmanischen Reich, das ja auch immer wieder Russland angegriffen hatte, das muss man eben auch sehen, nicht? Die Tataren und Mongolen haben Russland ernsthaft in die Zange genommen, zeitweise. Und dieser Konflikt war aber nicht ein ethischer, sondern ein zwischenstaatlicher. Und dort sind natürlich zum Beispiel in der Krim waren sehr viele Tataren, und die sind dann unter Jekaterinburg, sind sie, wie soll ich sagen, sie wurden nicht unterdrückt, nein, aber sie wurden übervölkert durch Russen, nicht? Es gab dann in der Krim, gab es dann, dann hat der Stalin am Schluss noch die letzten Krim-Tataren rausgeschickt aus der Krim, und am Schluss waren es dann vielleicht noch etwa 5-10% Tataren auf der Krim. Aber die Krim war sowieso ein Sonderfahrt, da hat es Genuesen gehabt, die größte Festung dort ist von Genuesen gebaut worden, und da gab es alle Völker, die dort waren auf der Krim. Ursprüngliche Besiedlung von Griechen. Gut. Und auch noch etwas Wichtiges, um nebenbei zu zeigen, wie das Salarenreich eigentlich ein wirklich echtes Vielvölkerreich war, wo es keine Unterdrückung von Minoritäten gab, während, zum Beispiel in den USA, man den Indianern, von denen alle Geschäftsleute wussten, die haben keine Resistenz gegen Alkohol, ihnen sehr gerne etwas Whisky gegeben haben und nachher Verprelli unterschrieben haben, das ihnen das Land verkaufen, nicht? Das war eine übliche Methode. In Russland wurde so ein Kaufmann schwer bestraft. Es war schwer verboten, in der Gegend die Bevölkerung, die nicht Alkoholresistenz waren, Alkohol zu geben. Und jetzt kam der große Schlag. Stalin, Lenin war ja noch kurz seine Figur, nicht eine Schaufensterbubbe. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020